Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teilnehmende und Partner unseres Hauses, ein wahrlich nicht ganz einfaches Jahr 2020 neigt sich langsam seinem Ende entgegen. Für uns alle hat dieses Jahr eine Menge Einschränkungen und Unsicherheiten mit sich gebracht. Dennoch haben wir erfolgreich an einem Strang gezogen und die Erwartungen erfüllt, die an uns gestellt wurden. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Lassen Sie uns gemeinsam Kraft sammeln über die Feiertage, damit wir uns im Januar den neuen Aufgaben stellen können. Verbringen Sie schöne Stunden im Kreis Ihrer Lieben. Genießen Sie den Weihnachtsduft und entspannen Sie vom Stress des Alltags. Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2021 schicke ich Ihnen aus der Holzbergstatt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Von mir liebe Grüße aus der Nähstube. Das alte Jahr fast zu Ende. Das neue Jahr, das ist fast da. Und wir aus dem Detailbereich wünschen allen ein frohes neues Jahr. Ihnen und Ihren Lieben frohe Weihnachten und alles Gute aus der Kreativwerkstatt. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Ihr Team des VHS-Bildungswerkes in Stassburg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020